Hallo und herzlich willkommen bei SolidCamp Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCamp 2021 zeige ich Ihnen eine neue Option aus dem Schneckenradmodul von SolidCamp vor. Die Möglichkeit einen seitlichen Versatz bei der Bearbeitung einzustellen. Diese Option ermöglicht die Schneckenradbearbeitung mit einem definierten Achsversatz und ist nur für das Schruppen verfügbar. Dies ermöglicht bessere Schnittbedingungen, weil nicht mit dem Fräszentrum geschnitten wird, sondern so nah wie möglich am Durchmesser bei nicht kugelförmigen Fräsern. Sie sehen hier im Arbeitsbereich eine typische Schnecke, die mit dem Schneckenradmodul von SolidCamp bearbeitet wurde. Schauen wir uns die Operation etwas genauer an. Wir haben hier eingestellt schrubben und arbeiten auf dem kompletten Volumenmodell. Es wurde eine Axialbegrenzung eingegeben, ein Bearbeitungsabstand und wir arbeiten hier mit einem torischen Fräser 20R3. Der Werkzeugwegparameter ist auf konstante Z-Zustellung eingestellt und wir arbeiten mit der Rotationsachse vier Achsen. Schauen wir uns die Werkzeugbahnen mal etwas genauer an ohne die Operation. Mit dem kompletten Schneckenrad-Schrubbmodul wird die Schnecke erstmal vorbearbeitet. In der Maschinensimulation können wir uns dann diese Bearbeitung etwas genauer anschauen. Nachdem die Maschinensimulationsdaten geladen wurden, starte ich das Ganze mal mit Start. Mit der Ansicht von rechts sehen wir ziemlich deutlich, dass mit den Standardeinstellungen das Werkzeug immer mittig am Bauteil arbeitet. Dies ist nicht sehr effektiv, da wir in der Mitte des Fräsers so gut wie keine Schnittgeschwindigkeit aufbauen können. Für eine effiziente Bearbeitung ist diese Möglichkeit der Bearbeitung nicht sehr ideal. Mit SolidCAM 2021 steht uns nun eine neue Funktion, eine Erweiterung zur Verfügung. In der Registerkarte Geometrie haben Sie hier die Möglichkeit einen seitlichen Versatz einzustellen. Das Ganze kann mit einem Wert oder mit einem prozentualen Wert zum Werkzeugdurchmesser eingestellt werden. Ich stelle das Ganze hier mal auf 6 mm und lasse den Job noch einmal neu berechnen. Schauen wir uns nun einmal die Simulation in der Maschinensimulation etwas genauer an. Schauen wir uns jetzt auch das Ganze einmal von der Seite an und zoome etwas näher heran und starte einmal die Bearbeitung. Nun sehen wir, dass mit einem seitlichen Versatz mal in Minus mal in Plusrichtung bearbeitet wird. Wir arbeiten hier mit der Strategie vor und zurück. Deshalb wird das Werkzeug einmal vorne ein und mal auf der anderen Seite am Bauteil angestellt. Mit so einer Bearbeitung ist das Ganze wesentlich idealer eingestellt, da wir jetzt immer mit dem Außendurchmesser des Werkzeuges direkt am Material arbeiten. Für weitere Informationen und SolidCAM Professor Beiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.